Hi und herzlich willkommen. Heute zocke ich für euch World Soccer Striker. Ab geht er. Wir spielen gegen Südkorea. Und ich bin mal gespannt, ob wir ihn bezwingen. Yes, 1-0. Schön hochgekürbt. Nein. Hat der ein Glück, ey. Hat der ein Glück. Na, jetzt komm mal aufhol. Komm du. Nein, ich köpfe ihn doch mal raus, ey. Die gibt es doch ja nicht. Ich wollte gerade den Powerschuss machen, ey. Die gibt es doch nicht. Glück ihr habt. Komm, reingenagelt. Yes. Beim Powerschuss kann ich euch raten, hochzuspringen. Mann, ich Idiot, ich Idiot. Geil. 4-2. Hätten wir halt 5-2 so ja noch gemacht. Haben wir richtig fertig gemacht. Cool, jetzt haben wir Kamerun freigeschalten. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ich gegen Kamerun zocke. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.